Mit der Eisenhower Matrix kann man sehr gut seine Aufgaben priorisieren, und zwar sowohl berufliche wie auch private Aufgaben. Wie das geht und wie man das in der Praxis im Team umsetzt, welches kleine Helferlein es dabei gibt, das ist Thema in diesem Video. Natürlich gibt es auch Schwächen und berechtigte Kritik an der Eisenhower Matrix. Auch das wird Thema in diesem Video sein. Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Zunächst ein kleines bisschen Theorie, was ist die Eisenhower Matrix und wie funktioniert sie eigentlich? Die Eisenhower Matrix ist nach dem US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower benannt und spannt eine Matrix mit vier Feldern auf. Auf der X-Achse unterscheidet man zwischen dringend und nicht dringend, und auf der Y-Achse unterscheidet man zwischen wichtig und nicht wichtig. Für die vier entstandenen Felder gibt es jetzt vier Bearbeitungsstrategien. Dringend und wichtig sollten Sie umgehend selbst erledigen. Wichtig und nicht dringend sollten Sie mit einem Termin versehen und bis dahin selbst bearbeitet haben. Nicht wichtig, aber dringend sollten Sie an geeignete Mitarbeiter delegieren. Und unwichtige und nicht dringliche Aufgaben sollten Sie einfach bleiben lassen. So war jetzt die graue Theorie. Aber wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Ganz ehrlich, ich bin nicht der Typ, der ständig irgendwelche Blätter mit vier Feldern mit sich herumschleppt. Und Prioritäten können sich auch mal ändern. Es muss also eine praktikable Lösung her, mit der ich meine Aufgaben gut einteilen kann und die ich vor allem immer bei mir habe. Ich nutze dafür meine Aufgabenverwaltung A-Work, die ich schon ein paar Mal hier in diesem Kanal vorgestellt habe. Schauen wir uns an, wie das mit der Eisenhower Matrix funktioniert. Ich bin jetzt hier in meinem A-Work und habe ein kleines Demo-Projekt, nämlich das Demo-Projekt Eisenhower angelegt. Und dort vier Demo-Aufgaben angelegt, um Ihnen die einzelnen Zuordnungen genau zeigen zu können. Ich klicke aber auf die erste Demo-Aufgabe, wichtig und dringlich. Die können wir jetzt als erstes mal für uns als Priorität setzen. Und hier unten können wir den Bearbeiter festlegen. Das bin ich jetzt in dem Fall selbst. Und fällig bis, mit einem Klick auf morgen, habe ich eigentlich diese Aufgabe bereits geplant. Gehen wir auf die Demo-Aufgabe, wichtig, aber nicht dringlich. Die kann ich genauso auch entsprechend planen. Ich lasse nur die Priorität einfach weg und nehme die Fälligkeit eben für nächste Woche. Und damit habe ich mir meine Aufgabe geplant, so wie ich mir das Ganze eben entsprechend vorstelle. Die Demo-Aufgabe, unwichtig und dringlich, können Sie entsprechend delegieren. Delegieren heißt zunächst mal hier Fälligkeit festlegen, zum Beispiel bis nächste Woche. Und Sie können hier unten den Bearbeiter festlegen, wen Sie das eben entsprechend zuweisen möchten. Für die Demo-Aufgabe, unwichtig und nicht dringlich, können Sie genauso auch eine längere Fälligkeit festlegen, indem Sie zum Beispiel sagen, ja, wir lassen uns das mal bis Ende Oktober zum Beispiel Zeit. Und wir packen das Ganze jetzt in ein anderes Projekt, nämlich in ein Sammelprojekt. Wie geht das? Ich gehe hier oben auf Bearbeiten und kann entsprechend hier in diesem Feld das entsprechend andere Projekt auswählen. Zum Beispiel ein Strategieprojekt. Ich könnte es noch in dem Strategieprojekt zum Beispiel zu einer Aufgabenliste zuordnen. Zum Beispiel die Aufgabenliste mit Sammlung von Eisenhower-Aufgaben aus dem vergangenen Quartal. Über Speichern habe ich entsprechend diese Aufgabe zugewiesen und damit erscheinen Sie hier nicht mehr in meinem Demo-Projekt. Jetzt gibt es aber auch berechtigte Kritik an der Eisenhower-Matrix, die ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten will. Der erste Punkt ist, dass die Einteilung in die vier Felder extrem subjektiv ist. Was für mich unwichtig ist, kann für das Unternehmen oder einen anderen Mitarbeiter natürlich sehr wichtig sein. Dasselbe gilt natürlich auch für die Dringlichkeit. Auch die ist natürlich immer eine subjektive Einschätzung und man kann folglich der eigenen Wahrnehmungsverzerrung unterliegen. Da spricht man einfach an dem Bias. Wie kann man das Problem lösen? Indem Sie nicht alleine die Einteilung vornehmen, sondern diese Einordnung in die Quadranten als festen Bestandteil in Ihre Morgenbesprechung mit aufnehmen. Und damit haben Sie auch gleich noch einen weiteren Vorteil. Ihre Mitarbeiter und Kollegen können Unterstützung anbieten und Aufgaben werden nicht einfach nur irgendwie übergestellt. Damit bekommen die viel zitierten Fragen in der Morgenbesprechung. Wo brauche ich Hilfe? Wo brauche ich Unterstützung? Wem kann ich im Gegenzug Unterstützung anbieten und helfen? Und gleich viel mehr Kontext und Sinn. Mehr zum Thema Shopfloor-Meeting und Morgenbesprechung finden Sie in diesem Video. Da gehe ich nochmal auf den Tagesstart und seine Elemente nochmal ganz ausführlich dran ein. Und Sie können auch in diesen Morgenbesprechungen die Eisenhower-Matrix sehr, sehr gut mit anbieten. Ein weiterer Kritikpunkt an der Eisenhower-Matrix ist der Quadrant nicht wichtig und nicht dringlich. Warum? Weil er führt eigentlich oft zu Prokrastination, also zur Aufschieberitis. Es verleitet geradezu dazu. Indem Aufgaben regelmäßig dorthin verortet werden und sich dieser Quadrant mehr und mehr erfüllt, kann ein Berg entstehen, vor dessen Abarbeitung einem wirklich Himmelangst werden kann. Und oft genug werden diese Aufgaben dann irgendwann dann doch dringlich. Oder es entstehen Image- und Reputationsschäden, weil Aufgaben immer wieder in die Rundablage, sprich in den Papierkorb, wandern. Wie geht man jetzt damit am besten um? Ich würde die Aufgaben in meiner Aufgabenverwaltung in ein Sammelprojekt mit dem Namen Ideenspeicher oder Ideenparkplatz oder zu klären oder noch offen verschieben und dort einfach sammeln. Oft genug finden sich dann die gleichen Aufgaben auch von anderen Teammitgliedern. Die haben dann ähnliche Themen und das sammelt sich dann eben dort entsprechend mit an. In der Vorbereitung der regelmäßigen Strategietage eines Teams bzw. eines Unternehmens würde ich dann diese gesammelten Aufgaben in Themencluster ordnen und in der Sitzung selbst mit dem Team besprechen. Wann es denn nicht in die Strategie reinpasst, kann dann wirklich weg. Aber vielleicht kristallisieren sich ja dann doch Themen und Projekte heraus, die man gemeinsam vernünftig einplanen kann, wo man nur vielleicht Angst davor hatte, die jetzt anzugehen oder eben andere Sachen eben tatsächlich erstmal die Priorität hatten. Und zum Thema Strategie und ihre Bausteine finde ich mir auch nochmal ein vertiefendes Video. Darin gehe ich in die sieben wichtigsten Bausteine einer guten Unternehmensstrategie nochmal sehr delatiert ein. Wie ist jetzt Ihre Erfahrung mit der Eisenhower Matrix? Nutzen Sie diese oder haben Sie andere Werkzeuge, um Ihre Aufgaben zu priorisieren? Schreiben Sie mir Ihre Erfahrungen gerne rein in die Kommentare. Wir sehen Sie im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder